Es ist wunderschön. Es ist hell, es ist aufgeräumt und es ist heimabelt. Die Farbe ist natürlich schon revolutionär. Die Brücke, die Landschaft, man kann so viele schöne Sachen entdecken. Wenn ich zuerst in Zug hineinkam, musste ich dreimal umschauen, aber nicht in der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse. Das Innendesign finde ich gut, mit den verschiedenen Sujets an der Wand. Auch vor dem Familienwagen ist es auch recht gut herausgekommen. Man ist mit dem Rollstuhl sehr gut hineinkommen. Eben kann hineinfahren, ist schon schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017